Die Sucharbeit mit den Hunden war für mich schon immer eine sehr faszinierende Sache. Die Bindung, die entsteht, wenn man zusammen so viel erleben kann, so viele verschiedene Sachen machen, ist, glaube ich, einzigartig. Mit diesem Zusammenhang auch noch die Möglichkeit haben, allenfalls den Unterschied zu machen, wenn jemand ein Angehöriges vermisst, ist mein Antrieb für Redog. Helfe Leben retten. Engagiere dich bei Redog.